Meine Damen und Herren, Sie sind dabei, eine neue Woche mit den Zweien. Guten Tag, Herr Fleischhammer. Ja, wunderschönen guten Abendtag, Mahlzeit, schönen Wochenstart wünsche ich. Guten Tag. Es ist Donnerstag, 20 Uhr, wir gehen jetzt ins Bett. Diese Folge ist etwas kürzer, von daher kommt gut in die Woche. Ich bin gespannt, was das wird heute. Wir sind pünktlich wie die Tagesschau. Also wenn die Tagesschau jetzt fertig ist, dann wird es gestartet sozusagen. Stimmt. Läuft die noch 20 Uhr? Ich weiß nicht, wer guckt denn noch Nachrichten um 20 Uhr? Ja, nee, stimmt. Ich höre tatsächlich Tagesschau, in meinem Daily Mix ist das, oder Daily Drive heißt das bei Spotify. Echt, da gibt es die Tagesschau bei Spotify? Ja, genau. Immer die, meistens eine halbe Stunde alt, immer die neue, sozusagen. Wobei ich lieber die, tatsächlich, klingt jetzt blöd, also die Tagesschau höre ich nicht so gerne wie die Deutsche Welle, weil die ist länger. Ich dachte ProSieben News oder so. Nee, Mann. Nee, da erfahre ich nur, was Johnny Depp macht. Was macht der? Ja, das glaube ich. Weiß ich nicht. Ach, weiß ich nicht. Ist ja auch der Einzige, der mir jetzt eingefallen ist. Also Johnny Depp ist, glaube ich, jetzt nicht aktuell bekannt. Nee, genau deswegen hatte ich jetzt, hatte ich Interesse halber. Ja, ich habe das letztens, hatte ich die Diskussion mit meinem Vater, der ja, ähm... Was Johnny Depp so macht? Was Johnny Depp so macht, das war unser Thema, genau. Nee, welche Möglichkeiten es gibt, die Tagesschau zu sehen. Und für ihn ist das noch, 20.15 Uhr den Fernseher einschalten. Und ich sage, hier, App, ZDF. Ja. Kannst du jederzeit, ich glaube, alle Stunde gibt es ein Update oder so. Ja, genau, ja. Es gibt ja sozusagen auch, ja, die, gibt es nicht auch einen ZDF-Kanal, so einen Digitalkanal, der quasi... Ja, ja, genau, wo du permanent nachlaufen. Die auch sendet, sozusagen, dann, die Tagesschau. Ja, das kann sein, dass sie da im Kreis läuft, das weiß ich nicht so genau. Ja, oder halt dann immer die... Ja, auf jeden Fall ist sie dann immer eine halbe Stunde halt, also das muss eine ganz normale Tagesschau-Sendung sein. In welcher Form auch immer, die hier dann dargeboten wird, ob... Eine halbe Stunde? Nee, 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 fünf Minuten. Das ist eigentlich gut, das ist ein Zusammenschnitt, ne? Aber man hört, dass es eine Show ist, dass es eigentlich von einem Video ist. Man hört nämlich im Hintergrund diesen Einspieler, je nachdem, keine Ahnung, Joe Biden läuft und erzählt was, dann hört man das ja mal so ganz leise im Hintergrund. Ja, verstehe. Und da drüber kommen die eigentlich News, ja. So ist es da auch. Ja, egal, aber... Ja, aber du machst es. Ich bin da völlig raus. Bei mir ist meine Quelle Twitter eigentlich, was so passiert. Ja. Macht Sinn. Aber da siehst du ja auch nur das, was passiert. Oder wenn es richtig... Wenn wieder irgendein U-Boot untergeht, ja. Ja, da habe ich so... Was habe ich da? Euronews und so weiter ist da drin, die halt immer die neuesten Meldungen so da einballern. Ja, das ist aber natürlich was anderes. Und das ist auch immer ziemlich zeitnah, also... Ich mache das, ich habe da in Leseform Reddit meistens, aber Reddit ist ja relativ amerikanisch erhalten, was die News angeht, also oder sehr global. Ich bin nicht in so vielen Gruppen drin. Ich habe... Nee, das ist nur, weil... Keine Ahnung. Du kannst ja so switchen zwischen dein Home, das Neueste, Beliebt, und News. Genau. Und News ist bei mir halt Politik und so, aber halt nur für Deutschland ist das selten. Ja, man könnte sich bestimmt irgendeine Gruppe abonnieren mit... Bestimmt. Wenn es Reddit noch gibt, da war da auch ein Aufstand, weil irgendwie Reddit... Nee, nee, die gibt es noch, ja. Aber tatsächlich, die protestieren mit Bildern von Jamie Oliver. Nee, wie heißt der Typ nicht? Stimmt nicht. Nicht Jamie Oliver. Irgendein Oliver. Oliver James vielleicht, so ja. Irgendein Nachrichtenschricht-Comedy-Host aus Amerika, genau. Ist auch egal, ist mir völlig Latte. Also in einer Gruppe bin ich in keiner. Ah, okay. Ja, ich hab nur... Weißt du, wenn du da so reinklickst, dann kriegst du das ja meistens vorgeschlagen. Ja, genau. Also wenn du ein Thema liest, dann schlägt der oft vor, ah, du bist interessiert in... Ja, genau, genau. Bei mir ist es aber Wellheim, Simracing und... Genau, genau, genau. Bei mir ist jetzt aktuell noch relativ viele Snowrunner-Videos da und noch sehr wenig Diablo-Videos, aber die... Oder so Vorschläge, ne? Aber Diablo ist... Also da ist Reddit auch nicht der richtige Platz für, weißt du so? Also deswegen... Snowrunner war noch ganz lustig, weil du dann so kleine Videos siehst von den LKWs. Ich bin unheimlich spät bei Reddit eingestiegen. Ja, ich ja auch gerade erst quasi. Ach so, jetzt erst? Also wirklich vor einem Jahr. Okay, dann bist du richtig spät. Nee, bei mir war es so... Im Endeffekt, ja, mit dem Ukraine-Krieg, also mit dem Beginn der russischen Invasion habe ich gemerkt, kriege ich die gleichen Infos oder viel frischer Infos bei Reddit als irgendwo anders. Und dann kann ich ja, muss ich ja für mich entscheiden, was ich glaube, was ich nicht glaube oder, 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 oder... Keine Ahnung. Also mir waren da schon so offizielle Angaben oder so wichtig, ja, beziehungsweise... Ja, ich wollte gerade sagen, bei politischen Themen ist es wahrscheinlich dann doch sinnvoller... Ja, ja, gerade bei Reddit. Und das ist ja auch egal, welchen... Du kannst den Kanal da sein oder den Kanal. Die Infos sind die gleichen, theoretisch, aber Auslegung ist eine andere. Ja, ja. Ja, weil es halt von Usern gemacht ist in der Welt. Ja, genau. Aber da siehst du dann so Videos, wie die diese Rakete in die... Nicht, die war ja keine Rakete, sondern wie der LKW da auf der Krimbrücke explodiert und so weiter. Das würdest du ja sonst nur so bedingt sehen. Ja. Das sind dann schon krasse Szenen, ja. Ich bin in irgendeinem Kanal drin, oh, wie heißt das denn? Super interessante Dinge oder sowas, wo so wissenschaftliche... Das heißt, irgendwie heißt das... Interesting as blablabla... Damn, damn, that's interesting? Nee. Ja, ich bin mir unsicher. Könnte aber sein. Das ist auch erst seit neuesten. Da waren so wissenschaftliche... Also nicht wissenschaftlich, so... Keine Ahnung. Er buddelt einen einen Graben und da gibt es eine Maschine für und die legt dann das Rohr da rein. Und das ist also nur das Beispiel. Ey, ja, Toolgifts. Nee, da weiß ich nicht. Also ich habe gerade Toolgifts gefunden. Toolgifts ist so ein Ding, da... Wie du gerade schon sagst, da geht es ja um Werkzeuge, aber jegliche Art, ob Maschine oder selbstgebaut oder wie auch immer. Und der Sound, das ist dann schon interessant. Aber der Problem ist bei Toolgifts oder halt bei so damn, that's interesting. Da rutscht du dann ganz schnell ab in unexpected und dann ist das interessant und da endet aber böse und also beziehungsweise nicht so wie du denkst. Und dann kann es sein, dass du dann von unexpected kannst du zu crazy fucking Videos abgedriffen. Und wenn du da bist, dann willst du da eigentlich gar nicht sein. Also das ist halt wirklich, es gibt da Ecken crazy fucking Videos, die dann so oder Public Freakout, weißt du, wo die dann Leute filmen, die dann auf Straße durchdrehen. Okay, da war ich noch nicht drin. Immer, Alter. Ey, da gibt es eher schon... Ich habe dieses There Was an Attempt, also es war ein... There Was an Attempt ist das Beste. Irgendwie war eine gute Absicht, so heißt das ja immer. Oder ein Versuch. Es gab eine Absicht und dann steht da drunter sozusagen immer, keine Ahnung... Was heißt There Was an Attempt? Heute erst, gerade eben tatsächlich erst gesehen, da war es... Nee, er hatte die Absicht, das Feuer, nee, das Fettfeuer mit Wasser zu löschen. Genau, solche Sachen, ja. Oh nein, weißt du, so wie kann es in... Das Video ist von 21 gewesen und war eine Security-Cram sozusagen, weißt du. Und tatsächlich, es sieht aus wie ein asiatisches Restaurant und es brennt ein ganz bisschen in den Topf. Der Typ ist casual und naja... Es brennt so ein bisschen in den Topf. Wirklich nicht doll, ne. Es ist jetzt nicht so, das ist komplett ausrastet das Feuer, aber es brennt. Öl-Impftopf, 100%. Also es sind die... Und dann wedelt der da und pustet und wird immer größer. Pff, da hat er sich, naja, dann nehmen wir kaltet Wasser. Dann macht er das Ding vor... Oh ne Scheiß, dann macht er die... Den Wock voll. Den Wock voll und schüttet den da rein und es eskaliert instant. Es ist... Das Bild ist weiß. Also wie kann es sein, das Video war von 21, wie kann es sein, dass es Menschen gibt, die nicht wissen... Dass man kein Wasser aufgibt. Dass das passiert, wenn man da... Ja. Ja gut, aber ich glaube, das ist im Kopf so ein Mechanismus. Wir hatten das ja auch vor ein paar Folgen als Thema, als die Nachbarin hier gelöscht hat. Ja. Und ich glaube, das ist immer so ein Thema, so der Mensch geht dann in so ein Urinstinkt zurück, so Feuer, Wasser. Ja, genau. Und dann, dann... Das kann sein, ja. Ja. Musst du dir eigentlich auf die Finger hauen. Ne, wie ich eigentlich dazu gekommen bin, aktiv zu sein auf Reddit, war ein Contagious Lava, oder wie es heißt, also unaufhörliches Lachen. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht und... Da hatte ich... Das ist Contaneous wahrscheinlich. Contaneous heißt es, glaube ich, ja genau. To be continued. Genau. So würde ich das jetzt zusammenleiten. Ja, das... Super. Da hatte ich dieses... Da hatte ich mir praktisch damals... Irgendeinen Clip habe ich gesehen und dachte, ach, das ist bei Reddit, wie cool. Da war hier... Wie heißt der? Two Farns. Wie heißt das Ding da? Comedian. Between Two Farns. Two Farns. Zach Galavillakis. Wow. Genau, zwischen zwei Farnen. Ich funktioniere heute. Und da war, glaube ich, das Video mit dem von The Office. Das ist auch so ein ganz bekanntes, wo er den nur disst. Wo er zu ihm sagt... Wo er zu ihm sagt, wenn... Was ist es eigentlich wirklich so, dass wenn du ins Wasser, im Meer gehst, dass die Leute rausrennen und rufen Hilfe, ein Hai, Hilfe, ein Hai. Weil der... Dieser Typ... Mit der Nase. Steve Carell heißt der. Der hat so eine Nase halt so. Und du siehst richtig, wie der in sich zusammenbricht. Und er nennt halt ihn auf seiner Körperfigur so hart beleidigt. Also er nennt ihn, glaube ich, fett so. Und für mich persönlich wäre das eine übelste Beleidigung. Wo ich das... Oh, Alter, das ist so krass. Und dass die Leute dann so ruhig bleiben da, ne? Ja, man muss das... Was mir immer wieder auffällt bei solchen Clips, du musst wissen, was das für Leute sind, damit du es nicht ganz so ernst nimmst. Weil das sind teilweise Aussagen, wo du denkst, oh Gott, das kannst du wohl nicht sagen. Und dass sie sich kennen, genau. Wie war denn das? Ich glaube, der hat mal Brad Pitt gefragt, ob das... Weißt du mal, warte... Ob das nicht versteckte Schauspielstunden waren oder sowas. Weißt du, ist das so eine Dinger? Oder so, wow. Ja. Und dieses... Einer meiner Lieblingsclips in dieser Liste, man kann die sortieren nach dem... Ich weiß nicht, ob die Leute Reddit kennen, aber ich gehe mal davon aus. Man kann halt Beiträge abvoten. Man gibt einen Pfeil nach unten oder nach oben. Und je nachdem, wie viele Leute einen Pfeil nach oben geben, rauscht halt in einer Sortierliste dann dieses Video nach oben. Somit landen die besten Videos oben, so kann man es sagen. Und dann kannst du es sortieren nach den bestbewertesten Videos in dieser Kategorie. Und da ist auch dieses Ding dabei, wo die Familie in der Nähe von so einem Golfplatz... ...wohnt und jedes Mal, wenn einen Ball in den Garten einschlägt, sich der Vater rausritt und legt sich dahin, als würde er getroffen werden. Alter, ich schmeiß mir es wirklich. Und dann laufen die dahin und nehmen den Ball und gehen einfach. Weißt du, so liegt aber eigentlich einer. Hat den eigentlich getroffen oder er steht halt auf so völlig betröppelt, so als hätte er gerade den Ball hart gegen Schädel gekriegt. Und da sind so gute Dinger dabei. Dann dieses indische Pärchen, wo er so mit diesem hart indischen Akzent spricht. Und ihr dann irgendwas sagt und sie lacht sich immer tot. Das ist auch super. Ich weiß nicht, wie die heißen. Ich habe die auch dann nie abonniert. Das wird immer so reingespült. Und dann denke ich so, wow, geil. Also Reddit ist schon fantastisch. Es ist eigentlich die ideale Plattform, um sich für was zu interessieren. Das ist so, als hätten sie alle vor und zusammengeworfen. Ich habe jetzt irgendwie, ich suche immer auf Reddit, wenn irgendwas kaputt geht. Gestern habe ich hier Steam Deck, habe ich rumgeschraubt, wollte so einen Joystick ausbauen. Dann ließ er sich nicht synchronisieren und bla. War schon ein Beitrag da drin. Du baust am Steam Deck rum? Ja, ich habe der linke Stick, der quietscht so ein bisschen oder hat so gehangen. Und es gibt austauschbare Sticks, die kann man reinmachen. Die haben von GullKit heißen die, die sind praktisch elektromagnetisch. Die sind dann auch gegen dieses Driften. Also wenn ein Joystick zu lang in eine Richtung gedrückt wird, kann es ja passieren, dass dieser Schleifkontakt, der da drin ist, ein Dauer auf das Signal in eine Richtung gibt. Und dann kannst du das nicht mehr verhindern, weil der permanent was sich nach oben oder links oder rechts oder was auch immer steuert. Und da gibt es halt so ein Ersatzding. Und da habe ich gesagt, komm, ich tausche das jetzt mal aus. Dann habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, nämlich das Quietschen von dem linken Stick weg und die Funktionen auf Dauer hergestellt. Sie waren aber Schrott. Habe ich wieder zurückgebaut und auch direkt was bei kaputt gemacht. Aber das ist ein anderes Thema. Und dann war ich das nächste Mal drüber. Ja, das hatte bei mir in dem einen Stick, mit dem neuen hat das dann so geklackt irgendwie. Und dann habe ich gelesen und dann schrieb einer, ja, die sind irgendwie so unpräzise gearbeitet. Und dann habe ich die Schnauze fertig und habe das Ding gerade wieder auseinander, habe die Sticks raus eingepackt. So, Amazon, bitte einmal zurücknehmen. Dann nehme ich lieber den Originalen, der irgendwie so ein bisschen quietscht. Anstatt, dass das Ding, das hat sich vor echt ungesund angefühlt. Und dann habe ich auch in den Bewertungen gelesen, dass es anscheinend öfters vorkommt, dass die irgendwie so schlecht gearbeitet sind, dass da irgendwie Kunststoff gegen Metall schabt. Und ich denke halt nur so, auf Dauer hält das nicht gut. Da wird dann irgendwann der kleine Plastikstick, wird dann abgeschliffen in eine Richtung. Ja, und dabei habe ich eine Schraube überdreht. Ach, das ist echt... Oh, mir. Ja, aber das ist dann, ist aber dann, ist in Plastik eingeschraubt wahrscheinlich so, ne? Genau, ja, das ist halt... Das Gewinn ist in Plastik. Das Gewinn habe ich praktisch nach oben rausgezogen sozusagen, dem Kunststoff und habe mich nur geärgert im Nachgang. Aber es hilft ja jetzt nichts, weil jetzt ist es ja passiert, also brauche ich, also wenn ich überrede, laufe ich schon wieder heiß. Aber es ist halt in meinem Leben so, du willst nur irgendwas machen. Ja. Ich habe schon erwartet, beim Aufhebeln vom Gehäuse irgendwie so ein Clip abzubrechen, das kennt man ja auch. Egal, wo man irgendwie so ein scheiß Clip lösen muss, dass dir das Ding mit recht hoher Wahrscheinlichkeit um die Ohren fliegt und nicht mehr richtig einrastet am Ende. Das hat aber gut funktioniert, also... Ach, jetzt sind wir voll abgebogen von Reddit auf Steam Deck reparieren. Bei Reddit falsch abgehoben, ja, ist ein schöner Satz. Ja. Ja, ich habe das ganz spät erst auch mein Account gemacht. Das kann ganz schnell schief gehen, ja. Nee, ich habe so ein Random-Ding. Nee, das war so aus der Zeit, ich habe den dann Reddit-Account gemacht, in der Zeit, wo ich noch Hirnsturzzock hieß und habe den dann Hirnsturzzock genannt. Ja. Und dann wollte ich einen anderen haben, das mit dem Umbenennen ging, aber nicht mehr und Hirnsturz war auch schon weg. Klar, ich meine, das ist halt wie, ist ja auch unikat. Und jetzt heißt es irgendwie Hirnsturz ohne Umlaute oder sowas. Also auch das Ding zum Lesen ist auch richtig cool ist. Hirnsturz. Hirnsturz. Ja. Wie bei den meisten, auch wie bei EA und wo überall, wo mein Name schon weg ist. Naja, auf jeden Fall Reddit finde ich so als Unterhaltung gut. Und das ist aber leider, kommst du da ganz schnell in diesen Sog von TikTok, Instagram Reels und kommst lieber raus. Ich weiß nicht, also ob generell der Mensch dafür einfach gemacht ist, sozusagen, dass diese Erfindung dieses Formates von maximal einer Minute, weißt du, diese Video-YouTube-Shorts oder so, beziehungsweise Reddit geht ja auch deutlich kürzer. Ja. Ob diese Aufnahmezeit für den Menschen perfekt ist, sozusagen, weißt du, das ist halt krass, weil ich fall da komplett rein und stellenweise sitze ich dann da und, ey, es sind 20 Minuten vergangen, seit ich mich das letzte Mal drüber nachgedacht habe, wie spät es ist. Das kann nicht sein. Da muss ich mich gegen wehren, sozusagen, weißt du, wo ich mich dann schon anfange zu zwingen. Nee. Moment, was von, jetzt hast du mich abgehängt. Diese Art, der, der, diese Art des, ähm, des Contents. Ach, du guckst, du scrollst und denkst, ah, jetzt ist schon wieder so angefangen, jetzt verstehe ich. Genau, genau, du kriegst ja dann sozusagen, bei YouTube-Shorts auch, das ist ganz schlimm. Ja, die guck ich gar nicht. Ich muss mich dazu zwingen. Stellenweise, dass das Schlimme ist, dass der Algorithmus mir genau das vorschlägt, was ich gerade wissen möchte. Oder, die, die sexy Gitarristin im Bikini, die gerade die E-Gitarre anschlägt. Tatsächlich gucken wir nicht mal so Gitarristen an, ähm, geschweige denn, äh, Frauen. Nein, natürlich nicht. Na, es ist so. Der Punkt ist, dass, äh, wenn da ein Bild von Ryan Reynolds sitzt, dann kann ich nicht wieder stehen und muss da draufklicken, beispielsweise. Wirklich jetzt. Weil die auch immer die, die, die Bilder so auswählen, dass du da auch draufklicken möchtest. Das ist perfekt. Und, 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 und zack, bin ich drin im Sohb. Ich will das schon gar nicht mehr. Da ist der Forderung bei Reddit, weil da hab ich das Gefühl, da ist kein Algorithmus dahinter, weil da scrollst du ja eine Kategorie durch. Nee, das ist Reden einfach reingeschissen, ja. Genau, ja. Entschuldigung, dass ich das so jetzt sage, aber genau so ist es, ja. Ja, das stimmt. Das geht einigermaßen. Und deswegen meine ich ja auch mit diesem bisschen falsch abbiegen, das geht halt ganz schnell, weil je länger du scrollst, desto eher besteht die Chance, dass du abweichst in einen anderen, in einen anderen Subreddit, ähm, weil du das ja dann automatisch machst. Und dann kommst du halt von, zu Shitposting oder zu TikTok-Cringe oder, weißt du, ey, das kannst du dir nicht. Oh, die find ich schlimm. Das kannst du nicht, diese TikTok-Cringe. Das kannst du nicht, diese TikTok-Cringe. So schnell geht das Handy gar nicht aus. Schön, dass wir da gleich ticken. Ich guck mir das an und denk, oh Gott. Wenn ich schon anfange, ne? So, wenn ich schon anfange. Oder stellenweise sind ja wirklich Menschen dabei, die, die absolut bis auf die Zahnspitze überzeugt sind, von dem was sie sagen. Und denken, sie sind cool. Und, und dann kommt da so ein Rotz bei raus, weißt du. Da fällt mir mal ein, dieses, das hab ich auch erst spät gelernt, ähm, diese Karen-Videos. Karen-Videos, beste. Also Karen ist ein Symmonym für eine Frau, die, äh, diese, diese, diese Nachbrennen. Tatsächlich ist es nicht mal mehr Frau oder Mann. Also tatsächlich ist Karen jemand. Wird auch Männer-Karen genannt? Ja, 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 ja. Ich dachte, da gibt's nochmal andere Namen. Karen ist jemand, der sich über Sache unnützig total laut aufregt, sozusagen. Und sich richtig daneben benimmt. Da siehst du auch Videos, wie eine Oma, Karen. Den, den Jungen sozusagen, oder den Herren im, im, im Auto, der das Video macht, anschreit. Und dann einfach umfällt. Und dann sagt, ah, der hat mich geschubst. Ja. Und, 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 und er hat das Video halt laufen, die Tür ist zu. Ja. Und they say, what are you doing there? Genau. Oder, oder, das gibt halt auch, jetzt, letzter, letzter Vorschlag. Okay. Es gibt auch Videos, wo die denn, wo, da ist ein Unfall an der Straße, der ist auf dem Fahren. Und da steht der Mensch daneben, also dem geht's halt gut, dem das passiert ist. Und dann fährt er ran, Video, ne? Und dann, you cannot park there, und fährt einfach weiter. Das ist halt, oh. Ja. Also ich hatte letztens eins, da ist wirklich ein, in das Haus vom Nachbarn rein. Und hat sich beschwert. Und der hat sich erstmal so ganz freundlich und auch ein bisschen entsetzt rausbegleitet. Und die war nur am Krakelen. Und ich dachte, du bist in ein fremdes Haus gegangen. Was stimmt denn mit dir nicht? Und regt sich auf, dass irgendein, also, manche Leute, da sitzt du da vor. Aber andersrum gibt's halt auch, also, gibt's halt auch Videos, die mich tatsächlich so rühren, weißt du? Also, Made My Day, oder, nee, nicht Made My Day, das ist dieser Typ von Facebook. Make Me Smile heißen die Videos. Und da habe ich, letztens habe ich eins gesehen von Chaggy Chan, mit seiner, ein Erdpass auch. Hab ich vorgestern gesehen, ja. Mit seiner Tochter zusammen, die dann alte Filme, oder Ausschnitte von ihm gucken. Und wie sie reagiert, und wie er denn reagiert darauf. Das ist krass, ja. Und weil ich kriege gerade Gänse auf. Ich wollte jetzt sagen, ja, ja, geht mir genauso gerade. Wenn du ihn siehst und du weißt, dass es nicht geschauspielert ist, oder dass es einfach... Das ist so ein Geschauspieler. Ja. Und du merkst richtig, dass dieser Mensch kann das auch jetzt, diese Emotionen, nicht seiner Tochter zeigen. Das klappt er gerade nicht. Krass. Ja. Das ist krass. Und eigentlich auch so ein random Ausschnitt eigentlich nur. Also, weil er sagt ja, sie gucken sich Videos an und er wird halt stark verletzt. Das weiß man ja, Jackie Chan gibt es auch immer als Outtakes am Ende der Filme, wo er irgendeinen Stunt wieder mal irgendwie die Fünffache überschlagen hat vom Haus. Da gibt es ja diese berühmte Szene, wie er in dieser eine Gasse durch diese... Ja. Er durch diese, wie nennt man das, Markisen durchschlägt, aber du siehst, das bremst ihn nicht wirklich und er schlägt auch ganz übel auf den Boden auf. Das waren nur die drei Stück. Ja, und er hat dann die Schulter irgendwie gebrochen und wird dann weggetragen mit Halskrausen und allem drum und dran und... Oh Gott. Und er das jedes Mal wieder gemacht hat, ne? Das hat wirklich... Ja, ja. What the... So wie Tom Cruise, der... Was hab ich noch? Da hab ich, ähm... Der hat sich bei dieser einen Szene, wo er über das Haus springt, hat er sich ja den Knöchel so ganz fies weggebogen. Äh, ja. Und das hat den Rest des Films mit geschieden, ein Bein drehen müssen. Das ist halt blöd, wenn man rennen muss oder so. Ne, ne, der hat den nicht drehen müssen, der wollte den so drehen, das ist ja das Schlimme bei Tom Cruise oder Jackie Chan, die sind halt so drauf, dann machen mal so, dass man das nicht sieht und dann kann ich weitermachen. Die sind halt so krass in ihrem... Also Tom Cruise kaufe ich das sogar ab, dass der so das nur macht für den Zuschauer. Der ist fokussiert, ja, ja. Der ist fokussiert bis auf... Genau, bis zum Letzten. Gab's doch mal diesen... Zu Corona-Zeiten gab's doch mal, da hatten ja Dreharbeiten von Mission Impossible, Teil X, ne. Und da hat er doch mal die Mitarbeiter angemacht und hat auch so eine Rede gehalten. Da gab's so eine Tonaufnahme von hinter den Kameras. Oh, nee. Wo also die Mitarbeiter zusammengeschissen hat und dann gesagt, hier, die Menschen sind hier eingeschränkt und wir haben hier diese Aufgabe, das zu machen. Also der hat praktisch seine, wie sagt man das, Ambitionen versucht an die Mitarbeiter zu übertragen und zu sagen, wir können hier nicht uns gehen lassen und so weiter. Ich weiß nicht mehr genau, wie den Inhalt. Ich glaub, der ist einfach unheimlich ehrgeizig. Weißt du? Absolut. Bei diesem Sprung hat er sich zwischen zwei Häusern, sollte er springen und ist halt mit dem Fuß an der Wand, wollte er sich so abstützen, also mit den Händen oben festhalten, mit den Beinen unten gegen die Hauswand. Und der eine Fuß war halt leider ein bisschen schief und das hast du dann nochmal, da haben sie eine Zeitlupe gezeigt, wo du echt davor stehst und denkst so, der Fuß sieht nicht gut aus. Ich meine, ich glaub, das war wahrscheinlich der gleiche, ein bisschen im Passiv-Film, den wir gerade meinen, wo er sich da draußen außerhalb von dem, von dem, von diesem, ich sag mal, B-22-Riesenmonster-Flugzeug draußen dranhängt. Und im Film ist es nur die Hände und in echt sind es nur die Hände und ein Seil. Ja, genau, ein Sicherungsseil. What the fuck? What the fuck? Und wirklich, also die Szene ist halt fast nicht geschönigt so. Also wirklich, außer dieses Seil weggemacht, ist da sonst alles Original. Das ist halt voll krass. Ja. Also was muss durch deinen Kopf gehen? Das ist ein Mensch, ich hab eine vollgeile Idee. Weißt du, was wir machen? Ich hänge immer das Flugzeug. Ich hänge draußen an Flügel, auch noch. Beim Start von so einer Propeller. Nee, das war ein Transportflugzeug von der Armee und der hat sich praktisch in solche, wo die Tür ist hinten, also die hintere Ladetür, wie man das nennt und da hat er sich in solche Löcher, die für was sie auch immer sind, Transporthalterung oder so. Wahrscheinlich nicht dafür, was? Nee, nicht zum Ranhängen, zum Start mit dem Flugzeug. Mann, ey. Aber ich muss sagen, ich hab trotzdem, da liefern jetzt die Trailer zum nächsten Mission Impossible und da hab ich irgendwie Lust drauf, weil ich weiß, dass ich nie enttäuscht worden bin. Die sind zwar nicht großartig und schauspielische Glanzleistungen, aber ich weiß, ich krieg gute Action geboten. Das ist gute Unterhaltung, kann man so sagen. Oder die Unterhaltung stimmt, weil ich weiß nicht, ob er immer noch diesen Typen von Shaun of the Dead da drin hat, der das alles so ein bisschen auflockert, alles so ein bisschen die Steifigkeit rausnimmt. Das ist so ein Engländer, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Simon Peck. Simon Peck. Absolut. Da hab ich nämlich heute auf Reddit gesehen, dass Simon Peck sagt, keine Sau braucht Shaun of the Dead 2. Nee, nee, das ist gut. Aber die beiden machen ja sowieso gute Filme. Ich hab den letzten, den ich gesehen hab, war irgendwas mit Aliens in der Nachbarschaft. Ja, Simon Peck ist das. Mit Aliens in der Nachbarschaft und den fand ich nicht gut. Ähm, aber Hot Fuzz und wie die alle heißen, so. Hot Fuzz? Hot Fuzz? War der Shit? War man im Kino damals. Echt jetzt? Und als er die Oma mit dem Hock... Das ist so schade, dass du das immer sagen kannst. Also für dich toll. Für mich. Die alte Frau, die mit dem Hocksprung so wegflankt, weißt du, hinter der See, aber so richtig so aufs Übelste. Das ist Ohmchen, das ist so richtig britischer Humor. Und dann macht er so diesen Body Slam, Feet-for-Round-Kick. Oder den Typ, den er rotzbesoffen in die Aussüchtungszelle bringt, am nächsten Morgen ist es sein Kollege. So fängt der Film ja an. Ja, das ist doch Officer Sohn so. Oh. Genau, stimmt. Das ist auch stimmt. Hey. Das ist doch ihr Kollege. Wie ist mein Kollege? Was? Und im Endeffekt kommt... Also wir wollen ja nicht spoilern. Wir wollen nicht spoilern. Naja, ob du den noch spoilernst. Also der Film ist auf jeden Fall zu empfehlen. Ja, warum es denn sozusagen im Endeffekt geht da und diesem... Er ist ja der super Mega-Cop und der ist einfach viel zu gut für die Statistik. Deswegen muss der... Muss wird er versetzt. Deswegen wird er versetzt. Das macht einfach alles. Da gibt es kein Verbrechen mehr in der Stadt. Wo sein Chef vor ihm sitzt und so. Ja, sie drücken ja hier den Schnitt und sie werden jetzt versetzt. Und so... Wo muss ich hin? Ah ja, okay. Irgendwie nach Hintertupfingen. Genau. Die kleinste Provinz, die England so hat. Mann. Ah ja, großartig. Das ist so mein Humor, wo ich echt lachen kann, muss ich sagen. Ja, stimmt, stimmt. Das fällt mir immer wieder auf. Das Beste, was mir immer passiert ist, da fällt mir ein Humor, Lachen, Kinofilme. Ich war in dem Film mit Leslie Nielsen, einem seiner letzten Agenten 00, glaube ich, hieß der. Okay. Und da gab es so eine Szene, ich hoffe, das ist auch Agent 00. Es gab die Szene, dass der Kampf stand am Hafen und Leslie Nielsen hat so einen Enterhaken, wirft ihn über so ein Haus am Hafen und auf der anderen Seite des Hauses kommt der Haken runter und hakt sich in so ein Dobermann-Scharnier ein, also wie Halsband und beim Hochlaufen zieht er den Dobermann hoch und dann haben die so YouTube-Film, dass ich mich fast in Hose gemacht habe im Kilo, weil ich nicht mehr konnte. Ich musste dann wirklich gehen, tatsächlich wollte nicht ausstehen. Mein Highlight, was mir einfällt, wo ich richtig lachen kann, war jetzt zuletzt auch ein Clip. Ich bin mir unsicher, ob es auf Insta, ich glaube, es war auf Insta und zwar von einer jungen Frau, also es sitzt so ein Pärchen oder ein Typ und eine Frau sitzt nebeneinander und er hält in die Kamera hier die sauersten Bonbons der Welt, so ein kleines Tütchen und dann nehmen sie jeder so ein Bonbon und sollen es in den Mund nehmen und er, sie ist schon erdreht und sie nimmt nur das Bonbon im Mund und schon bei irgendeiner Berührung macht die einen Cremassen, also ich musste so lachen. Ich habe es meiner Frau geschickt, kann man das jetzt, vielleicht gibt es ja irgendwie Namen, dass ihr das wiederfinden könnt, weil das war wirklich, das hat mich über über den ganzen Tag beschäftigt, ja hier ist es, Voxi UK ist das Video, V-O-X-I-U-K. Soll ich das mal kurz davor spielen, aber dann lachst du dich durch den Rest der Dings, das wird schwierig. Hier, mach es in die Podcast-Beschreibung. Ja, ich versuche es irgendwie rauszufinden, ich muss mich einfach nur bei Insta hier anmelden und das hier reinzubringen. Es ist wirklich, vielleicht gibt es das auch noch woanders, keine Ahnung, aber das ist, das habe ich den ganzen Tag beschäftigt und das habe ich meiner Frau geschickt, wir schicken uns immer gegenseitig diese Reels hin und her und dann sagt sie, die konnte sich nicht mehr beruhigen den Tag. Die hat das der Kollege noch irgendwie gezeigt und dann hat sie die Kommentare drunter gelesen und sie ist anscheinend auch Gold unter dem Beitrag. Also auch bei Reddit immer Gold, ne? Also wenn der Beitrag dir nicht so ganz zusagt, dann geh in die Kommentare und lese die ersten drei, vier, fünf. Ey. Es ist auch wirklich so, bei den Reddit-Kommentaren ist das so, dass du, hast ja so eine zwei Pfeile nach unten, dass du immer diesen, aufs eigentliche Thema Kommentar siehst sozusagen. Genau. Und dann kann, ist der unter dem Kommentar immer noch ein Unterkommentar und Unterkommentar, geh davon aus, dass die nicht mehr eigentlich themarelevant sind, sondern die, die driften so hart hart, dass du bestellst, das ist so lustig, das ist fast besser als der eigentliche Beitrag. Ja, wie man seine Zeit verplempern kann auf Reddit und Co. Ja, 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 exakt. Ja. Wie man seine Zeit verplempern kann. Das ist das Stichwort der Folge heute. Was macht ihr denn jetzt? Ihr hört uns zu. Wie wir uns organisieren über Dinge, die wir gesehen haben, ja. Genau, wo wir unsere Zeit mit verplempert haben. Was macht ihr denn in dem Moment? Ist es denn nicht eine dreifache Form von Verplemperung? Den Podcast ist es so? Wollen wir die Verplemperung, die Zeitverplemperung in die Welt? Da bin ich realistisch. Also ich meine, ich habe es ja immer mal gesagt, viel Meinung, wenig Relevanz war ja unser Schlagwort. Im Prinzip ist es schon unser. Aber es hört jemand zu über das, was wir und was uns beschäftigt. Ja, ja. Sehr witzig. Stellenweise, also spiele ich ja hier mit Nordlicht Gaming und Bob und so und Nordlicht hört halt, der Matze hört halt den Podcast. Ja. Der mich dann immer auf gewisse Themen anspricht. Letztens hat er den, von Montag hat er gehört und dann hat er mir Montagabend die Antwort auf unsere Frage gegeben. Okay. Wo ich ihn dann, wo ich dann im Endeffekt nur bejahen konnte und sagen konnte, weil im Endeffekt wusste ich nicht mehr genau, was er jetzt meint. Ja. Das tut mir leid. Matze, das tut mir leid. Nee, super. Also praktisch Live-Feedback sozusagen. Immer Live-Feedback, genau. Ja. Und genau, darauf wollte ich im Endeffekt hinaus. Live-Feedback. Ist aber halt auch nicht live, weil das ja eher so. Ja, privat dann. Das ist ja dann nach. Nee, live meine ich, weil das ja nicht gerade passiert. Oder der Podcast ist ja auch von mir erst, also eine Woche vorher im Endeffekt, oder von uns. Ja, das stimmt. Oft ist es versetzt, das ist richtig, ja. Ach stimmt, er hört es ja erst Montag, deswegen kann er ja erst danach. Da, da, genau. Ja, jetzt habe ich es. Oh Gott, ich bin auch so ein bisschen, ich bin auch ein bisschen im Halbschlaf. Nicht kein Problem. Nicht kein Problem. Gut, ich bin ja eh meistens im Halbschlaf in meinem ganzen Leben schon. Ja. Jetzt hatte ich eben Gedanken, jetzt habe ich mal einen Link rausgesucht, das muss ich noch merken. Wie kamst du darauf? Ja, 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 nee, ich habe, was man hört und was man parallel macht und so weiter und ich habe gemerkt, wie groß, oder nicht gemerkt, das weiß ich, wusste ich schon vorher, wie groß diese Podcast-Welt ist. Und ich habe ja so meine Favoriten, die ich höre, also wo ich selber Podcasts höre, genau, so bin ich drauf gekommen, so war mein Gedankengang. Du hast gefragt, ihr hört uns hier zu, ihr hört anderen Leuten zu, was sie für eine Meinung haben und das sind ja die meisten Podcasts so gestrickt. Ja, genau. Wenn auch themenspezifisch eigentlich. Und ich habe letztens, ich habe immer so, weiß ich nicht, ich würde sagen mal so vier, fünf Podcasts, die ich regelmäßig höre und die ich besonders mag, die hebe ich mir dann auf, bis ganz viele Folgen verfügbar sind, dass ich die hintereinander hören kann. Also gerade hier diese Podcast-unrichtigen Namen, das ist so einer meiner Highlights. Ja. Und die spare ich mir auf. Letztens bin ich abgebogen und habe, war falsch abgebogen, abgebogen. Ja, ja, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Und habe mir andere Vorschläge angehört. Ja. Es war, ich weiß nicht mehr, wo das kam, auf jeden Fall habe ich einen Podcast, Telephobia heißt das, dieser eine Anruf, den hatte ich dann auch direkt, muss ich das Konzept mal per Twitter mitteilen, dass ich das sehr gut finde. Es geht um, das ist vom Bayerischen Rundfunk produziert. Eine junge Redakteurin, die hatte die Idee, es gibt ja diesen einen Anruf, den du nicht machen willst, weil du dich irgendwie nicht traust, weil das schlechte Gewissen zu groß ist, weil die Zeit zu lang vergangen ist, sowas in der Art. Und sie begleitet jemand bei einem gewissen Thema, bei diesem einen Anruf und unterstützt dabei, dass dieser eine Anruf passiert, recherchiert zum Beispiel solche Dinge. Und eine ältere Frau, die ihre Freundin von früher seit 50 Jahren nicht gesehen hat und versucht irgendwie rauszufinden, wo die, wo die sich jetzt befindet und versucht mit ihr nochmal zu sprechen. Aus welchen Gründen auch immer. Ein junger Mann, der in der Schule gemobbt worden ist, ziemlich intensiv und dadurch auch seine Narben weggetragen hat. Ich denke, jeder, der in der Schule schon mal gemobbt worden ist, kann das nachvollziehen. Oder gemobbt hat, vielleicht hat man auch ein schlechtes Gewissen, weil man den einen dann, weißt du, das ist ja immer beide Seiten. Und er will einen seiner Peiniger, sagen wir mal, anrufen, um das abzuklären und so weiter. Und das sind sehr gute Themen und gegen Ende fasert es so ein bisschen aus. Es sind so acht Folgen, also es ist auch abgeschlossen, die erste Staffel. Da fasert es für mich so ein bisschen aus, dass er dann irgendwie da den Arbeitskollegen, der das macht, das wirkt für mich nicht konstruiert, aber nicht mehr so spannend wie die ersten Folgen. Banaler vielleicht so? Ja, es fühlt sich halt so an, als stochert man rum, wer könnte diesen einen Anruf machen. Und in der dritten Folge ist er noch in der Fußgängerzone unterwegs und versucht Leute zu finden. Oder in der zweiten Folge, wo sie dann diese alte Frau da trifft. Und am Ende fühlt es sich so an, ich habe hier einen Freund und ich habe hier einen Arbeitskollegen. Und nicht, dass es erfunden ist, das sage ich nicht, weil es gibt da schon wirklich nachvollziehbare Anrufe, die man vor einem herschiebt oder sowas. Aber was ich geil finde, ist die Art, wie es produziert ist, mit guter Musik. Die Stimme von der Frau ist angenehm, die da spricht, die Redakteurin. Und es ist auch angenehm kurz, also es wird jetzt auch nicht unnötig irgendwie in die Länge gezogen, aber wie sie auch so, was man so als Lebensweisheit mit rausziehen kann. Weil jeder hat ja diesen einen Anruf schon vor sich gehabt. Ja, ich hatte mehrere von dieser Art Anrufe, ja. Ja, und das hilft auch dann vielleicht selber dabei, das von einer anderen Perspektive zu sehen und so weiter. Also ich finde das ein sehr gutes Ding. Und das ist jetzt ein Podcast und was habe ich noch? Too many tabs, höre ich noch gerade. Aber das ist so ein bisschen nervig teilweise. Da bin ich noch nicht ganz so sicher, das werden wir ja erstmal nicht empfehlen. Das sind zwei Redakteuren oder ein Redakteur, eine Redakteurin von dem Kader hier vom Böhmermann. Oder von RTL Samsternacht, was ist ein Quatsch. Genau. Auf jeden Fall aus dem Böhmermann sind das Redakteure, zwei junge Frauen, junger Mann. Ich glaube, er ist irgendwie, was haben sie heute gesagt, 97 geboren. Also sind die so 26, so Mitte 20. Ah, das ist krass, wenn ich mir diese Zahlen höre, da kommt bei mir ganz schnell der Blues. Weil ich immer so sehe, wie die Leute da im Leben stehen. Weil ich denke mir immer so, mit 26, da war dein Kopf wie eine Amöbe, weißt du, im Vergleich zu dem, wie die... Ja, nee. Mit 26 war ich schon ein Jahr Fialeiter von einer Fiale, witzigerweise. Ja, ich habe das jetzt nur für mich... Aber ich war trotzdem, also es ist jetzt nicht so, dass ich super reif war. Das meine ich damit. Das ist absolut wahr, ja. Das ist ja auch nicht gesagt, dass die super reif sind, aber zumindest die Themen, die sie aufgreifen. Und in das wahrscheinlich, es ist wahrscheinlich dieses Redakteuren-Ding, dass man da so interessiert ist in verschiedenen Themen. Genau, du siehst sie denn, dieses Thema, das darfst du auch nicht, das darf man nicht vergessen. Man sieht die ja nur für dieses Thema gerade brennen. Aber trotzdem kann es sein, dass da, keine Ahnung, Lego-Figuren im Schrank hat oder sowas jetzt. Also was ich interessant finde, vielleicht sollte ich es doch mal empfehlen, jetzt rede ich schon die ganze Zeit darüber. Genau. Was ich interessant finde, ist übrigens auch bei der ARD, fällt mir jetzt gerade auf. Sehr interessant, okay. Öffentlich-rechtlich, ne? Um diejenigen ja nochmal wieder in die Wunde zu legen. Ja, du bist halt älter, das ist halt typisch, sag ich jetzt mal so. Die sind halt auch darauf angelegt. Ja, aufs ältere Publikum. Nee, also die sind teilweise ein bisschen zu... Ich mag halt diese, ich weiß nicht, da werde ich auch irgendwie älter so langsam. Ich mag halt diese Art nicht zu reden, dass man, obvious, weißt du so, dass man in einem deutschen Satz so extrem viele englische Worte verwendet. Extrem viel, ja, das macht ja Hand of Blood. Also der, der ist halt, bei dem ist ja I guess oder basically. Ja, genau. Das ist ja alles da. Aber ich merke das ja auch bei mir selber. Stellenweise fallen mir die deutschen Begriffe nicht ein, weil ich viel mehr englischen Content konsumiere als deutschen. Und dann kann es, ich verstehe die komplett. Und dann geht das auch so über in den Sprachegebrauch, ne? Ja, verstehe ich. Ja, klar, so wird sich die Sprache entwickeln. Das ist ja... Ja, wahrscheinlich schon, ja. Was ich interessant finde an diesem Konzept ist, sie reden über ihre Tabs, die sie offen haben im Browser. Mit Themen, die sie sich beschäftigt haben wegen einer Sendung, die ansteht oder einfach auch so aus Eigeninteresse oder weil sie irgendwie abgebogen sind. Das hat sehr viel mit unserem, was wir am Ende machen, unseren YouTube-Verlauf zu tun. Nur, dass es halt breit gefächerter ist. Also es ist nicht nur ein YouTube-Video, sondern es ist auch ein Thema. Das stimmt. Da muss man durchgehen. Es gibt schon x Folgen, es läuft schon seit letztem Jahr im Vergleich zu dem anderen Podcast. Also die sind, die haben immer beide, also es sind ja zwei Redakteurinnen und die haben, jeder hat ein Thema und das besprechen sie in der Sendung. Oder sie haben auch mal einen Gast, dann sind es halt drei Themen. Weißt du, und dann geht es um die Proteste im Iran. Dann geht es um Reinkarnation. Die Fußball-WM 2006, ich glaube, da bin ich gerade. Wir haben das irgendwie noch von 22. Und was ich interessant finde, man kommt halt auf neue Themen, was man sich vielleicht auch angucken kann. Ich habe zum Beispiel diesen Ameisen-Kanal, wo der Typ da einen Hühnchenkopf in seinen Ameisen-Terrarium macht und die das Ding total, also das ist so ein richtig krass produzierter. So ein Zeitraffer-Video, ne? Ja, das ist ein YouTube-Kanal, der nur so, oder der sehr viel sich macht. Ja, der nur irgendwelche Sachen hinlegt und die verrotten lässt oder Ameisen oder so, ne? Meinst du das? Das ist War of the End, heißt das, glaube ich. Also der hat dann verschiedene Völker und dann wird das so produziert mit dramatischer Musik im Hintergrund. Den habe ich doch mal empfohlen. Kann gut sein, ja. Hammer, ja, das finde ich auch geil. Und we have a new contentment. Genau, genau. Und dann zeigt er die Spinne. Hier, Ernst Kanada, du hast ihn empfohlen in Folge 109. Wir sind jetzt bei 211, also das ist schon ein bisschen her. Ich kann mich überhaupt daran erinnern, ja. Genau, das müsste da sein, Ernst Kanada. Wenn ich den jetzt abonniert habe, dann ist das. Ja, ja. Und darüber sprechen sie halt. Also, oder du findest halt, ich finde halt, das ist ein bisschen nervig, die Lache von dem männlichen Redakteur, weil das finde ich so ein bisschen anstrengend. So, das ist so, da reagiere ich irgendwie empfindlich drauf. Ich finde, Stimmen sind immer was, wo man gerne zuhört oder halt so, lach bitte nicht. Was schwierig ist, weil vielleicht ist jetzt jemand hier dabei, der auch sagt, na, wenn der Hinschutzt lacht, da kriege ich das Brechen. Ja, das ist möglich, möglich. Möglich, ja, wer weiß. Absolut. Und, und, ja. Da gibt es so eins, wo sie sich unterhalten, da ist er irgendwie in einer, ich sage jetzt mal einfach, Johnny Carson Show eingeladen. Also, der Redakteur ist praktisch in dieser Show, also im Publikum. Ja. Und da kommt eine Story und jemand erzählt was und dann haben die diesen Audioschnipsel rausgehört, wo du diese auffällige Lache aus dem Hintergrund hörst. Also, hörst du original raus, dass er da gerade im Publikum sitzt und sich gerade totlacht. Und auch an einer völlig unpassenden Stelle, das sagt er auch selber. Also, der ist selbstreflektiert, der weiß das schon, aber. Ja. Also, du kannst ja jetzt nur bedingt was gegen tun gegen deine Lache, ja. Nee, klar. Ja, genau. Aber wobei ich, kannst du dich erinnern, dass du, dass sich deine Lache mal verändert hat, früher? Also, meine waren nicht immer so bösartig, würde ich fast behaupten. Bösartig, okay. Ja gut, jetzt ist ja, also, wenn wir jetzt hier im Podcast so sind, dann will ich natürlich auch nicht laut lachen, dann kann ich gar nicht laut lachen. Weil noch bei anderen Leuten im Haus schläft, genau. Oder das wird ins Bett gebracht oder so oder wie auch immer. Also, alles, was ich sozusagen konnten, produziere, ist immer in einer leiseren Lautstärke, als ich eigentlich bin. Ja, ja. Das verstehe ich. Verändert hat, ja, auf jeden Fall. Also, aus eigenem Empfinden lache ich anders. Also, wenn ich lache, dann ist es auch in dem Moment, also, das ist, das soll nicht traurig klingen, aber ich lache sehr selten. Und das soll aber nicht, also, lachen in Form so, herzhaft lachen, weißt du? Weil mich triggern halt gewisse Dinge, also, diese Dinge aus dieser Reddit-Gruppe, so kommen wieder an den Anfang unseres Dingen, das ist halt sowas, was mich total catcht. Also, da sind wirklich da dieses, oder das Video hier mit dem Pärchen, die die sauren Bonbons ausprobieren, ja, die macht einfach so eine Cremassen, wo ich wirklich, das ist, wo ich, also, wo ich das Handy, ich stelle vor, ich liege im Bett morgens, surf mein Handy durch, oder irgendwo, und dann ist es wirklich, dass ich laut einfach lache, weißt du, wo ich denke, so, das muss jetzt auch total random kommen, ja. Ja, ja. Aber noch besser ist meine Frau, aber die kennst du ja, wenn du die triggerst, das ist so eine Explosion, wo du, wo du. Und dann kommt aber dieser Punkt, wo sie dann, ne, der bestimmt stimmt bei ihr. Ja, genau, die Gefahr, wollte ich gerade sagen, die besteht, dass die, dass sie wirklich dann in so einen Punkt reinkommt, wo sie nicht mehr rauskommt. Ist auch immer ein Thema bei uns, ich sage, Frau, beruhig dich mal wieder. Du kriegst keine Luft, und das triggert sie halt noch mehr, weil ich, also ich mittlerweile nach, ne, äh, 23 Jahren, ähm, da weiß man ja, wo man da ansetzen muss, genau, welchen Punkt man triggern muss, und also dann, ich dachte auch irgendwann mal, irgendwann erstickt sie, und ich muss irgendwie erklären, sie hat nur gelacht, ich bin nicht schuld an ihrem Tod. Ja, ich mag das, die lacht sich wirklich tot, und die lacht auch wirklich so laut, da ist die Balkontür auf, ich denke, die Nachbarn denken jetzt, irgendwas ist kaputt da drüben. Ja, aber diese Reddit-Gruppe, muss ich wirklich sagen, das ist sowas, wenn du schlechte Laune hast, scroll ein paar Videos durch, und du musst nicht unbedingt Englisch können, weil viele von den Videos sind aus der Situationskomik heraus. Aus der Situation, ja. Das versteht man schon, das ist wirklich, da geht's einem gut, wenn du da so ein paar Videos geguckt hast, und warst vorher scheiße drauf, guck dir diese Reihe an, am besten Top-Down, gut, vielleicht nicht die Diskussion mit Salvinakis, nee, wie heißt er da, ich krieg den Namen nicht dran. Nee, da, ja, da muss man, äh, ähm. Also die meisten kennen ihn aus Hangover, weißt du so, der Typ mit der Aviation, mit dieser Pilotenbrille und dem Hauteng, Oberteil des, was er eigentlich nicht tragen sollte, oder nichts sollte, das kann man machen, ja, eigentlich macht's, ist das genau das, was schon wieder sexy ist, weißt du so, solltest du eigentlich nicht tragen, und deswegen find ich's geil. Ja. Ja. Da waren wir im Kino, das hat diese Abspann am Ende, wo du die Bilder siehst von der, von der ganzen Hochzeit, wo sie in Las Vegas waren, kennst du, weißt du, was ich mein? Von Hangover, das Ende, da siehst du doch diese, diese, äh, wie heißt das, Polaroids, diese sofort entwickelten Fotos, wo sie irgendwie unterwegs waren, wo du siehst, die übelsten Dinge. Wo die eigentliche Geschichte sozusagen in Polaroid vorhin nochmal vorkommt, sozusagen, ja. Ich kann mich aber nicht mehr dran erinnern. Was wirklich passiert ist, sozusagen. Ich weiß nur, dass irgendwie, der macht den Kofferraum auf und dann kommt da ein Asiate raus und verkloppt ihn damit. Das ist ja der Regisseur übrigens. Ja, 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 ja. Und verkloppt ihn damit, nämlich, ich glaub, das war ein, entweder war es ein G-Stock oder ein Regenschirm, aber so aufs Übelste halt, das war, ja. Ja, das ist teilweise schon schlimmer Humor gewesen, ja. Ja, so hab ich in einem Podcast gehangelt. Aber das Telephobia hat mir sehr gut gefallen. Es ist sehr, also ich fand es einfach so gut produziert. Und irgendwie, dass man was mitnimmt, das fand ich auch echt gut. Ja. Und wir haben die Woche, kannst du dich erinnern, hast du damals vorgeschlagen? Ich glaub auch in diesem Podcast, dass du mir Extraction vorgeschlagen hast, als der damals auf Netflix lief. Ja. Mit dem Thor-Darsteller, mit dem Hemsworth. Ja, genau. Jetzt weiß ich nicht, welcher von den Hemsworths, weil der eine ist beim... Das ist Chris, Chris, Chris. Chris, ne? Und... Ja, nochmal Extraction. Du hast den Film geguckt, der lief ja auf Netflix und hast mir gesagt, geile Action, guck dir das an, hat sich gelohnt. Und ich hab den geguckt und war wirklich, dachte, ja geil. Also es war ja außergewöhnlich zu der Zeit, also weil man so teilweise Kamerafahrten noch nicht gesehen hat, die ja dann auch wirklich so gedreht worden sind. Und jetzt, dann sagte ich zu meiner Frau letztes Wochenende, ey, der erste Teil war richtig gut, jetzt ist der zweite da raus, wollen wir den gucken? Ja, sie hat den erst nicht gesehen, sag ich, ja, ich glaub, dass das nicht unbedingt relevant ist. Alter. Der ist besser bei IMDB bewertet worden und das ist einer der wenigen Fälle, wo ich sag, das ist einfach nicht, ich weiß nicht, dann bin ich... So schlecht. Ich fand ihn nicht so schlecht, aber im Vergleich zum ersten, das ist halt alles übertrieben. Vergleichbar mit John Wick. Den ersten John Wick gesehen, haben wir völlig unvorbereitet gesehen, wir beide. Und waren begeistert, weil so krasse, schonungslose Action und, weißt du, er rettet seinen Hund und wie so halt der erste John Wick war. Und dann kamen ja die Teile danach und wir haben uns den zweiten angeguckt, haben gesagt, was soll denn das? Weißt du, ein Buddy-Count im Quadrat. Und auch teilweise so völlig übertrieben. Und so war der zweite Teil jetzt auch. Also der Extraction ist ein, die Anfangsszene geht, glaub ich, 20 Minuten und die ist halt so gedreht, wie die eine Szene mit dem alten Benz, wo sie da in irgendwo Arabien da durch die Häuser preschen. Also er wird praktisch so gedreht, dass es wie ein einziger Cut ist. Also dass es nicht geschnitten ist, ist natürlich geschnitten, weil man natürlich... Der ganze Film sozusagen, achso, dann macht man so... Nein, die ersten 20 Minuten. Ah, okay. Dann macht man so Übergänge wahrscheinlich über... Genau, da wird die Kamera an einem Türpfosten vorbeigefahren, dann ist da halt der Schnitt in dem Moment. Weil der auch viel auch, das sieht man auch in dem Making-of, was ich mir angeguckt hab, natürlich mit Greenscreen. Und da ballert natürlich nicht wirklich ein Helikopter mit wieviel MG-Salven da in den Zug rein und so weiter. Aber das ist so übertrieben. Ich hab wirklich, ich hab da vorgesessen und hab gedacht, seid ihr bescheuert? Wahrscheinlich so ein Fast and the Furious 10 war ja irgendwie jetzt relativ neu, wo ich bin ausgeschrieben, glaub ich, bei 4 oder 5, wo... Ich bin bei Tokio Drift, ich bin kurz danach nach Tokio Drift nicht ausgestiegen. Den hab ich nicht gesehen, nee, den hab ich wirklich nicht gesehen. Das ist aber, glaub ich, der 4. Das kann sein. Dann hab ich danach nochmal eingeguckt, aber Tokio den dann ausgelassen. Aber das wurde dann so un... Wie soll ich das sagen? Das ist vergleichbar. Komplett unglaubwürdig. Also auch schlimm. Also wirklich, wo ich drauf und dran war, sagen so, okay, ich muss jetzt hier langsam ausmachen, weil das fällt mir einfach nicht mehr. Das ist zwar gute Action. Ja, aber ich verstehe auch nicht den Gedanke dahinter, ja. Das Problem ist auch, wenn du was Gutes penetrierst und nicht als Highlight in etwas hast, dann nutze ich das so ab. Wir hatten nochmal über 3D gesprochen, weißt du? Das ist ja wie bei 3D. Du denkst, wow, krass. Aber das hat sich halt nach 20 Minuten verflüchtigt, weil das Gehirn sich daran gewöhnt hat, dass es 3D ist und denkt sich, du hast halt einen Film. Ja, das ist völlig egal. Tatsächlich, ja. Und so ist es halt auch bei diesem Film gewesen, wo ich dachte, jetzt hör doch mal auf. Da explodiert das Nächste, da überschlägt sich das noch. Und wer einen Netflix-Account hat, kann sich das ja angucken. Es ist nicht komplett schlecht, aber für meinen Geschmack im Vergleich zum ersten Teil schlecht. Ja. Also, es war ganz gut gemacht, aber ich fand es, nee, war nicht schlimm. Ich habe mich geärgert, weil ich habe den ersten gemocht und ich fand jetzt, es war irgendwie ein solider Actionfilm, halt ohne Substanz. Ganz klar, es ist jetzt keine schauspielische Leistung oder keine... Nee, nee, da war der erste auch nicht, genau. Aber es war halt, ja. Einfach unterhaltsam. Einfach ein bisschen rauskommen aus dem eigentlichen Alltag, so. Ja. Hatten wir jetzt letztens über John Wick 4 geredet? Ich habe ihn nicht gesehen, also, wenn du das meinst. Ja, okay. Hab ihn nicht gesehen. Also, dadurch, dass du dich nicht erinnern kannst, ja. Ja, meine Frau und ich, wir hatten jetzt den vierten geguckt. Mhm. Und tatsächlich ist das erste Mal, wie mir passiert, weil ich mag die John Wick-Filme schon sehr, weil ich diese, einfach diese, keine Ahnung, diese Welt der Gangster, in der sie sich befinden, weißt du, und mit ihren Regeln gut finde, weißt du, oder selbst die, weil der Spruch ist immer, was wären wir denn ohne Regeln? Und das sagen die Gangster halt, weißt du, und so, und... Dass diesen Safe-Punkt gibt, das Hotel und solche Sachen, das ganze... Genau, genau, und da darf keiner und bibliblibliblub und so. Das finde ich schon cool. Und die Schauspieler mag ich auch alle für sich sehr. Ich finde, das ist immer... Also, Keanu Reeves schon. Absolut, ich bin voll bei dir. Okay, alles klar. Das ist die übertriebene Action. Es ist jetzt nicht so, dass ich das irgendwie verteidigen will oder so. Es ist halt wirklich... Das ist... Ähm, ähm, ähm... Jeder Teil musste nochmal einen drauflegen, wie wir jetzt gerade eben schon hatten. Und, und die Action von Herrn Reeves, der jetzt ja auch nun mal älter wird, da darf man ja auch nicht vergessen, schon irgendwie, ähm, auch den Herrn gut in Szene setzt, setzen muss, soll. Ohne unrealistisch zu wirken. Also, es ist jetzt nicht so, dass sie... Die haben schon eine Lore dahinter, dass die so nah aufeinander stehen und sich beschießen und trotzdem keiner stirbt. So, da gibt's ja, gibt's ja schon eine Lore. Und, also, diese Anzüge sind halt kugelsicher quasi. Und, ähm, worauf ich hinaus, im Endeffekt ja der vierte Teil, ich möchte jetzt nicht spoilern, deswegen sage ich nicht, aber für mich empfunden war der, die erste Hälfte des ganzen Films, also wirklich die Hälfte des Films, war am Anfang so krass Action geladen, wo ich mir dachte, Alter, ich weiß noch nicht mal, wer das ist. Er kommt da rein und fängt an zu ballern, denn ballert er zurück, wird geballert, im Endeffekt geht's noch um den Hund oder um was geht's jetzt hier noch, so weißt du? Und dann aber ab der Mitte des Films wurde er richtig gut. Also, ich hab über, in der Mitte haben meine Frau und ich überlegt, machen wir den jetzt aus oder nicht? Und das ist ja schon krass. Also, das muss man erst mal einen Film schaffen, dass ich den ausmachen will. Obwohl ich schon anderthalb Stunden geguckt hab, im Endeffekt. Ja, so war auch meine Überlegung, weil mich hat das halt auch abgenervt, der Anfang hat mich direkt, halt auch direkt am Anfang kriegst du so eine reingedrückt, dass mich der Rest dann schon gar nicht mehr wirklich interessiert hat, ja. Also, war wirklich, ich hab mich geärgert, weil ich hab meine Frau dazu überredet, den Film zu gucken. Und es geht jetzt nicht darum, also, sie ist jetzt, sie ist nicht jemand, den man überzeugen muss von irgendeinem Film. Sie guckt schon ziemlich viel Kram mit mir mit und, weißt du, wir haben schon, ich weiß noch, 20 Weeks later oder so, 28 Weeks later haben wir geguckt und dann in dem Moment, wo jemand irgendwie die Augen ausgedrückt werden, war dann auch bei ihr Feierabend, weil sie das halt, weißt du, so, wo du selber schon so sitzt und sagst, schei. Aber welche habt ihr geguckt, 28 Days later oder 28 Weeks later? Äh, wir haben beide geguckt und ich glaub, beim 28 Weeks ist es, glaub ich, so, dass es so eine Szene gibt, wo er dem einen die Augen da aussammelt. Den ersten, der ist auf jeden Fall gut. Das war mit der erste richtige Zombie-Film, mein ich so, ne? Also, äh, nicht richtige, das ist, bevor jetzt hier, möchte niemanden hinterfragen. Gibt's in echt? Wow, 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 Moment. Nee, 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 das gibt ja hier bestimmt irgendwelche, äh, wie heißt es, Rob-Zombie-Fans oder, äh, wie heißt es? Ja, wollte gerade sagen, Carpenter. What, genau, genau. Nee, nee, so war ich gar nicht gemeint, aber so richtig kommerziell erfolgreich war 28 Days later auf jeden Fall. Ach, ich glaub, die Teile davor auch schon. Aber das war halt eher so. Und ein bisschen größer als diese, als diese Produktion sonst. Ja. Glaub ich, aber lange her. Ja, aber genau das ist das Problem, wenn so ein Film dir permanent auf die Fresse gibt und du jedes Mal denkst, so, ja, jetzt mach mal langsam, so, dann, dann finde ich, du kommst ja auch gar nicht mehr mit, weil da so viel passiert innerhalb von kürzester Zeit, dass dein Gehirn gar nicht die Eindrücke verarbeiten kann und das dann halt auch irgendwie kontroproduktiv. Genau, also, gefühlt war die erste, erste Action-Szene in One John Wick 4, über 20 Minuten lang. So, und, also, länger fast schon. Und, und, immer noch Eindruf und immer noch Eindruf und er wurde noch nicht mal angekratzt, was ja auch okay ist, ne? Die geh ich gerne mit. Also, von mir aus muss, muss der eigentliche Held, der kann schon übermächtig sein, finde ich. Jedenfalls, wenn er so geschrieben ist, wenn er jetzt irgendwie, also, aber John Wick redet ja auch nicht wirklich viel, außer, dann kämpfen wir. Keine Ahnung, werde ich auch nicht weiter sagen. Aber, muss ich, sage ich das jetzt oder nicht? Nein. Nee, also, es gibt halt am Ende auch nochmal so eine Szene, wo du dir denkst, alter, nee. Jetzt ist doch gut. Und, vielleicht ist es aber auch die Szene, wo ich jetzt, ähm, vielleicht den Film ernst nehmen will. In dieser Szene nimmt sich aber der Film vielleicht selber gar nicht ernst. Das kann auch sein, weißt du, dass ich das dann sozusagen miteinander verwechsel, fast schon, ne? Das ist möglich, ja. Also, naja, ich fand Extraction auf jeden Fall eher enttäuschend und ich habe mich auch mit ein paar Arbeitskollegen unterhalten, die auch auf jeden Fall sehr filmaffin sind. Wir haben so eine kleine, ich nenne es mal Filmgruppe, weißt du, wo wir uns immer so ein bisschen austauschen in Sachen Serien und Film und auch die Kandidaten, wo ich auch was drauf geben kann, haben dann auch gesagt, nee, das war wie mit Gangs of London. Original das gleiche. Erste Serie, top, Gangs of London. Gangs of London, ja. War doch Gangs of London, oder? Nee, wahrscheinlich Gangs of New York, oder? Nee, nee, London. London war doch hier Public, nee, bitte. Ja, Gangs of London. Ich meine Gangs of London. Von 2020 gibt es zwei Staffeln und die erste Staffel war super, Gangs of London und die zweite Staffel fand ich auch wieder, da hat man wieder so dieses Versuch zu schocken durch übertriebene Brutalität und ich finde, das ist, das funktioniert einfach nicht. Das muss pointiert sein, weißt du, das darf nicht, ich finde, das macht einen guten Action-Film aus. Es darf nicht eklig werden, keine Ahnung, oder, 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 ja, wie du schon sagst, übertrieben, weil dann. Ja, das war im Action auch so, auch so, da war eine Szene dabei, wo ich auch sah, das ist einfach unnötig. Also klar, jede übertriebene Gore ist irgendwie unnötig, aber, ja, ich finde, wenn man so übertrieben ... Also, tatsächlich, das Gehirn kann das ja viel besser als die eigentliche, ähm, die eigentliche Computeranimation oder, 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 keine Ahnung. Für mich ist es schlimmer, wenn ich was nicht sehe, das finde ich viel krasser, wenn du, wenn du jemanden leiden siehst. Also, keine Ahnung, diese Szene, die Axt geht runter auf die Hand und kurz vorm Schnitt. Und dann Schnitt und dann siehst du den Schwein. Und dann ist das durch und blutet, weißt du so, und aufs Übelste. Brauche ich aber nicht sehen, ist da. Genau, ja. Das ist ja das, was ... Muss ich auch nicht nehmen, muss ich auch nicht. ... was Hitchcock so gut gemacht hat, er hat ja sehr viel im Kopf passieren lassen in den alten Filmen. Und dann, ja genau, der hat so Spritze an die Wand und dann denkst du dir, Alter, der muss der ja richtig ringeschlagen haben in die Frau oder im ... Ja, ganz typisch im Psycho, wie die in der Dusche steht und dann abgestochen wird und du denkst nur so, du bist ja auch so, auch diese Situation, dass du so ungeschützt bist, weil du ja nackt in der Dusche stehst und dich nicht gegen jemanden, der ein Messer gerade da auf dich einsticht, wehren kannst. Das macht das, glaube ich, so krass. Ja. Das war so ähnlich. Aber das ist mit vielen Sachen. Das ist mit ... Für mich war eine Schocker-Szene damals war in die Fliege 2, glaube ich. Ja. Wo der Aufzug runter ... Wo der als Fliege da rauskommt, ne? Oder so? Ja, das war im ersten, das war im ersten, da war sicher, wo er auch schon mutiert. Aber im zweiten gab es eine Szene, die war auch so eine Schlüssel-Szene für mich, was die Gewaltsteigerung war, war, dass ein, ich weiß nicht, in diesem Labor war ein Aufzug und der eine fällt unter den Aufzug und der Aufzug rast nach unten und haut ihm den Kopfmatsche. Und das war so zum ersten Mal, dass man sowas so, wo die Kamera draufgehalten hat, gezeigt hat. Und das war für mich so, boah, das hat sich eingebrannt ins Hirn. Ah. So, das war eins der Dinger. Und dann in Alien 3, glaube ich, in Alien 3, das war dieser schlechte, wo sie irgendwie Basketball spielen, ich weiß nicht mehr, ich war, ich glaube, der dritte, da kriegt der eine in den Hinterkopf gehackt und du hast so einen extremen Close-Up und wie er sich in den Hinterkopf greift, siehst nur noch Blut und die Augen laufen irgendwie voll und er kippt dann um. Das war jetzt nicht so explizit, aber das war so ein Riesen, also wir waren im Kino und waren auch in entsprechendem Zustand im Kino und das war, dann war es einfach mal so. Und das war halt, du sitzt dann da so und denkst, oh, haben die das jetzt so gezeigt? Also es war so eine Situation, wo du da, wir haben auf jeden Fall mit Kumpels da drin gesessen, mit der Freundin noch dabei und haben uns alle so angeguckt und gesagt, krass, wie können Sie das, weißt du, wie kann man denn die Kamera so draufhalten, ja? Das war so ein Schlüsselerlebnis, aber das ist halt auch Jahre her. Ja, und das siehst du heutzutage, siehst du es in jedem hier Streaming-Action-Film. In der Komödie ist es besser sozusagen dargestellt, ne? Ja, krasser halt. Ja, krasser dargestellt, genau. Also oft schon in ganz einfachen Serien gibt es diese Art von Gewalt und ich glaube, das versucht man immer wieder zu schocken oder zu überdrehen und ich denke immer so, macht es doch ein bisschen dosierter, dann wird es der Film umso besser, ja. Ja, ich glaube, man sollte da gar keine Energie reinstecken in dem Sinne, ne? Also, weil es halt alles, die Welt hat alles schon gesehen und und wenn die sich, sag ich jetzt mal, was Schlimmes angucken wollen, dann schaffen die das innerhalb von Sekunden, sich was Schlimmes aufzurufen. Aber es ist viel, viel schwieriger bescheinlich oder erfordert viel mehr Vorbereitung, Nachdenken und sowas, sowas zu drehen und das in den Kopfen von den Leuten stattfinden zu lassen, so mache ich jetzt sogar. Ja, genau. Dass das interessant bleibt und trotzdem, äh, krass, also trotzdem Action ist. Ja. Oder, 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 oder halt. Eine schlimme Situation so. Ja, auf jeden Fall. Ja, jetzt haben wir uns an Filmen abgearbeitet. Aber wirklich, da, witzigerweise vorher gar nicht drüber, ne? Also, zack, auf einmal waren wir da. Das ist ja immer. Weil Reddit falsch abgewogen ist wirklich so. Und schon so. Das ist wirklich die, das zieht sich durch die Folge hier heute. Absolut. Ja. Ich würde mal kurz Spiele einwerfen und dann kommen wir zum YouTube-Verlauf und dann sind wir schon, wir wollten heute nicht so lange machen, weil es schon wieder so spät ist. Mhm. Spiele einwerfen, werfen wir ein Spiel ein. Ich bin gespannt. Ich werfe mal ein Spiel ein. Nein, ich habe, also BattleBit, haben wir letztes Mal drüber gesprochen, dass du gezockt hast. Habe ich gezockt. Ne, du hast es ja letztes Mal gekauft, oder? Wo waren wir denn beim letzten Mal? Ich habe auf jeden Fall jetzt schon gespielt. Ja, ich habe gesehen. Mehrfach gespielt und, äh, ganz ehrlich, also, kurz Fazit von meiner Seite zu BattleBit. Alter, ist das ein Shooter? Also, wirklich. Ja, das stimmt. Jack Frax hat es auf den Punkt gemacht. Er sagt, ich keine Ahnung, wie die das machen, aber nach kurzer Zeit BattleBit spielen, ist die Grafik scheißseial. Weil, und die, und die krass, und die Taktik kommt halt wirklich raus. Also, das ist halt wirklich übel gut. Ich habe den einen Tag für mich gespielt, was ja sehr selten vorkommt. Ja, das tatsächlich, ja. Ich hatte vor dem, war das vor der Podcastaufnahme? Ich hatte irgendwie frei. Genau, das muss, glaube ich, unsere Podcastaufnahme gewesen sein. Und da habe ich so für mich gezockt. Und ich habe so mittendrin, als mich der Nächste rauszieht, ich, weißt du, werde selber geschossen, wiederbleiben. Er banagiert mich wieder, wir kämpfen uns vor bis zum nächsten Punkt und immer diesen Friendly Wave, weißt du, zum, ich sage dir danke, dass du mich gerade banagiert hast. Das hat so gut funktioniert, wie ich seit Jahren schon, ich das in Battlefield nicht mehr erleben konnte. Und ich habe wirklich da gesessen und habe gesagt, verdammt, ihr kommt ein Spiel um die Ecke, die mir diese Momente gibt, wo ich sage, das ist Teamplay. Ey, guck dir den Chat an bei BattleBit. Da ist keiner, der irgendwie. Ey, die Runde war vorbei und der Chat geht gg, 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 gg. Und keiner Noob-Game, Noob-Team, ihr seid alle doof. Whatever. Einfach so, alles nur Respektvolles Miteinander. Hammer. Gutes Gameplay im Spiel, also was Battlefield ausmacht, das können jetzt die wahrscheinlich nur nachempfinden, die Battlefield irgendwie in ihrem Leben irgendwann mal geliebt haben oder gerne gespielt haben. Spielt dieses Spiel. Wenn ihr diese Momente haben wollt, die ihr liebt am Battlefield, spielt dieses Spiel. Diese Only-in-Battlefield-Moments, ne? Ja. So, diese, ja, hast du da, hast du da. Und noch perfekter, finde ich, weil das ist... Situation, Hochhaus, ihr macht einen Häuserkampf von einem Haus in den anderen, kommt ein Panzerballast, das unten rein, stürzt das Hochhaus ein, die Leute... Das ist ja Wahnsinn. Allein wie oft ich diese Rauszieh-Mechanik genutzt habe, jemanden um die Ecke zu ziehen, um noch den in Sicherheit zu heilen. Und dann bist du in dem Haus, wie du schon sagst, und dann kommt die Situation, wo du das Haus einfach zusammenbrichst. Das hast du. Und du hast es vorher. Ja. Das ist gut gemacht, ja. Es ist einfach großartig. Also, insgesamt diese Community ist super. Du findest immer Spieler. Slash hat es jetzt gerade durchgesucht bis Level 60. Ach, Quatsch. Ja. Echt? Okay. Er hat, ich weiß, wir können ja mal gucken, wie viele Stunden er jetzt da reingesenkt hat. Er hat 61 Stunden Spielzeit. Wow. Das ist krass, ne? Ja. Ich hab nicht mal ansatzweise... Slash ist auch so, ne? Aber doch, ist Slash so ein Typ, der so ein Spiel... Weil Diablo war ja wahrscheinlich ähnlich. Den hat's gecatcht. Ja, genau. Der hat ja noch Diablo gespielt. Wenn du ihn catchst, dann ist er weg. Ich hab nicht ansatzweise... Guck mal. Kürzlich spiel, was hast du? 2,3? Du hast doch mehr Stunden gehabt. Das kann doch nicht sein. Auf jeden Fall, ich hab hier irgendwie drei Stunden gespielt, weil einfach keine Zeit. Und du müsst auch so liegen. Hä? 2,8 kann ich eigentlich... Naja, genau. Naja, doch, kann sein, zwei Stunden noch. Aber es ist auf jeden Fall großartig. Also jetzt, man kommt rein, es sind super Karten drin, es spielt sich super. Lara Loft hat Battlefield. Ach was, das hätte ich so nicht eingeschätzt, sehe ich gerade in meiner List hier. Ah ja. Grüße an Lara. Ich wusste nicht, dass die Battlefield spielt. Wodan hat Battlefield gespielt. Heute zum ersten Mal. Heute gekauft und heute gespielt. Er hört unseren Podcast. Wodan, meld dich doch mal. Lass mal uns zusammen zocken irgendwann. Sehr gut, genau. Vorzugsweise, montags oder donnerstags abends, hätte ich, glaube ich, noch Luft. Ja. Auf jeden Fall ist es großartig. Es ist, wir haben letztes Mal drüber gesprochen, weiterhin. Ja, Battlebit, also GameStar adressiert ihm dem Spiel irgendwie das beste Battlefield seit Jahren. Ja. Gut, was immer das zu heißen hat, wahrscheinlich hat Zendorf Blatt empfohlen. Aber das ist ein anderes Thema. Ich hab noch ein Spiel und zwar, was ich eigentlich, wir haben letztes Mal schon über Battlefield gesprochen, äh, Battlefield, Battlebit gesprochen. Und zwar hab ich angefangen auch schon länger raus. Wurde mir von Slash auch, meines Erachtens, als es aktuell war, empfohlen. Jetzt ist es seit einiger Zeit in der 1.0 raus und kriegt entsprechend auch noch weiterhin Updates. ein großartiges Spiel. Also ich hab dir ja damals von, ähm, damals, klingt als wäre es Jahre her. Ich hab dir ja von, ähm, Tavern Master. Wie heißt es denn? Verdammt. Sarah. So, Rede. Tavern? Weiß nicht, was ich jetzt da komme. Mann. Mein Hirn ist aber auch, äh, ich bin schon. Du hast mir doch, und dann, ja, hast, du hast viel. Traveller's Rest. So rum. Traveller's Rest. Traveller's Rest war doch Thema eine Zeit lang, weil mich das so fasziniert hat. Warum geht denn Steuerung V nicht jetzt? Und ich hab jetzt angefangen, Dave the Diver. Ist grad noch im Sale, und zwar ist es noch, wenn die Podcast-Folge rauskommt, bis zum 13. Wie sagt mir das? Langt das? Was ist denn? Ist Montag der 13? Nee. Bis nächstes? Ja, genau. Nee, dann, Dave the Diver, kauft euch dieses Spiel. 18 Euro. Ein so gut gemachtes Spiel. Und auch anspruchsvoll, also, anspruchsvoll, wie soll ich das sagen? Ähm, mit so krassen Details drin, mit tollen Cutscenes. Ähm, es geht darum, du bist ein Taucher und fängst in einer Sushi-Bar an, an dem, ähm, Blue Hole oder so, also dunkle, blaues Loch heißt es, glaub ich. Ähm, du gehst praktisch über den, am Tag gehst du mehrfach tauchen, holst Ressourcen aus dem Wasser, fängst Fische für die Sushi-Bar und, 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 und. Und dann gibt's immer wieder Aufgaben und du lernst neue Charaktere kennen. Du kannst diese Bar, äh, wie sagt man das, gestalten, also, welche Art von Bar, wie die aussieht, ein Bildchen hinhängen, ähm, es hat so eine Art, ich nenn's jetzt mal Instagram, es kommen Elemente hinzu, wo du Cocktails mixt, wo du kochst. Am Anfang fängst du an, grünen Tee einzugießen, bis zu einem gewissen Pegel. Da gibt's so ein, wie so ein Minispielchen. Spielt sich superperfekt mit Controller. Die Grafik ist für Pixelart so, so eine Mischmasch aus Pixelart, die sehr gut ist, plus so 3D. Ich kann das nicht beschreiben, wenn du das siehst von der Bewegung, das sieht so wie ein 3D-Spiel aus, aber es ist eigentlich Pixelart. Es ist so gut gemacht, auch sehr groß, also, für ein Pixelart-Spiel ist es relativ groß. Ein super Soundtrack, der mich abgeholt hat. Und plus Unterwasserkämpfe mit Bosskämpfen und du musst dann die neue Harpune finden unter Wasser, die Blitzaufsatz für die Harpune besorgen, Blueprints suchen für neue Waffen. Du hast dann so ein Handy wie bei GTA, wo du dann deinen Mechaniker anrufst, der dir dann aus den Teilen, die du gefunden hast, eine neue Waffe bastelst. Du kannst deinen Anzug verbessern, um tiefer zu tauchen. Du findest hier scheinbar Dungeons-ähnliche Konstrukte? Ja, die Unterwasserwelt ist immer pro Tag anders, die ist random, also die wird zufällig erstellt, bei jedem Tauchgang. Du verlierst auch deine Ressourcen, die du unten findest. Du hast praktisch wie so ein Roguelike-Run, aber du kannst auch Sachen mitnehmen, riesige Bosse, einen riesen Kraken und ich will jetzt auch nichts spoilern, aber wenn ihr euch einfach mal den Trailer auf Steam anguckt, ist unfassbar gut, wie das Ganze umgesetzt ist. Ich bin hellauf begeistert, ich hab da jetzt nur, wie lange hab ich reingespielt, ein paar Stunden, knapp drei Stunden hab ich reingespielt, den einen Abend. Und ich, also, es ist, ich kann nicht sagen, dass mir ein Spiel, also klar, abgeholt haben mich schon viele und ich bin ja auch schnell zu begeistern, ich bin jetzt kein Maßstab für, weißt du, aber ich finde, es ist großartig. Also was da drin steckt, der Soundtrack im Mischmasch, die Dialoge, teilweise ein bisschen unverschämt, weil er ist sehr korpulent, die Hauptfigur. Ah, dann wird er da echt angemacht. Und dann wird er angemacht, das finde ich, weiß nicht, ob das der Humor ist, aber fand ich nicht so, ähm, so ein kleiner Dämpfer, aber der Soundtrack ist saugut gemacht und ist grad im Sale von 20 Euro, glaub ich, runtergesetzt auf 17,99, also 2 Euro, 10% Rabatt gibt's, aber es ist auch, ich, es lohnt sich meines Erachtens. Ich hatte schon überlegt, ob ich mir einen Soundtrack dazu hole. Einen Soundtrack find ich echt gut, den können, das ist so ein richtig guter Soundtrack, den man im Stream beim Labern im Hintergrund laufen lassen kann. Echt, ja, okay. Ja. Ja, von Mint Rocket. Nice. Komplett deutsch übersetzt, super krasse Cutscenes drin. Es gibt auch diesen Meme mit dem Typ, der das Fleisch so salzt, weißt du, dieser eine Koch, der so die Hand so runterstreut. Ich weiß gar nicht, wie er heißt, Salt Bee heißt der. Und da gibt's praktisch der, 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 der Sushi-Koch in dem Restaurant, der kocht auch in der Enze. Der sieht auch so aus, so mit dem. Ja, sieht, ich finde, der Koch sieht so ein bisschen aus wie von, wie heißt der, von Matrix? Andrew Tate. Spannend. Lawrence Fishburne. Lawrence Fishburne, genau, ja. So sieht der ein bisschen aus. In jung und schmal, ja. Ja, richtig krass, also die Unterwasserwelt ist auch nicht, das ist nicht so easy, also das, da muss ein bisschen Timing rein und da bist du auch schnell mal weggenascht durch so ein Hai. Oder durch ein, ne, also die, die. Es ist auch schwer, sozusagen. Genau, es hat Anspruch, es hat Anspruch. Schwer würde ich jetzt, ist mal relativ, das liegt ja. Ja, klar, das ist relativ, ja. Aber es ist großartig, also mit einem Unterwasser-Volk, was du entdecken kannst und ich finde halt diese Mischung aus Pixelart und 3D-Animationen, ich kann es nicht beschreiben, wenn du das siehst, wie flüssig diese Animationen sind, dann ist das was Besonderes. Kann ich jetzt kein Spiel nennen, wo ich das so bisher gesehen habe, diesen Mischmasch aus dieser, dieser viele Spielung, ja. Meine große Empfehlung für heute. Alles klar. Ich glaube, da keine Empfehlung, was Spiele angeht. Ja, wir haben ja. Ah, dafür haben wir ja dich. Jetzt kommst du. Beard Meets Food. Ja, also mein erster, mein erster YouTube-Link wäre ein Typ namens Beard Meets Food. Der ist ein Engländer und der ist... Ach, Beard, ich habe Bier gelesen, Entschuldigung. Beard, ja, ja, nee. Bart. Ziemlich langen Bart. Und isst den. Und isst so Challenges. Der ist halt ein professioneller Vielfraß, ne, ich jetzt einfach, keine Ahnung, wie die sich nennen, also ein Wettesser. Ja, er geht auf so, er geht immer auf solche Veranstaltungen, wo man irgendwie eine besonders große Mahlzeit schaffen kann, ne, genau. Genau, genau. Oder beziehungsweise Restaurants bieten halt diese Challenge an, kannst du dich sozusagen für anmelden und dann kannst du die sozusagen probieren und entweder kriegst du umsonst oder whatever. Das geht ja darum, dass er das schafft und der Typ ist krass. Was das angeht, in dem Fall, das Video, was ich jetzt reinpacke, ist ein, ich kann es gar nicht sagen, es sind drei Riesenschnitzel in einem Bett aus Gravy, wie nennen die das, also mit so einer Art Soße, genau. Und noch Dessert und noch Beilage und noch irgendwie einen Liter Bohnen oder so, weißt du, so und alles so nehmen. Und dann in, ich weiß gar nicht, in einer halben Stunde, dreiviertel Stunde stellenweise gibt es da Zeitvorgabe oder nicht, der Typ ist halt krass, wie er das macht, finde ich. Und ich gucke das so gern, keine Ahnung, vielleicht auch aus Night, kannst du haben. Weil er so viel essen kann. Weil er so viel essen kann, genau, weil er sowas essen kann, aber das ist natürlich ne, eine Momentaufnahme, ist mir schon bewusst, dass der sozusagen, der isst eine Woche quasi nur 500 Gramm Thun für Salat oder so. Ist das nicht nachteilig dafür, dass er dann in seinem Magen so klein ist? Das ist, also ich kann mir jetzt vorstellen, der Magen muss... Ich kann mir, weiß ich nicht, wahrscheinlich musst du ein gewisses Talent haben, eine Voreignung untenrum, dass der wirklich dehnbar ist bis aufs Ende, weil stellenweise, der sieht halt auch sehr schmal aus. Ja, der ist nicht kräftig, ja, das stimmt. Der ist sehr, der sieht nicht kräftig aus, nee, aber der ist sehr, sehr, sehr muskulös. Also der ist sehr, 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 der, sonst glaube ich, könntest du gar nicht da... Zusammenhalten. Ja, genau. Sonst platzt der instant. Ja, wenn er das Zeug nicht irgendwie auch noch am nächsten Tag anfängt, wegzutrainieren oder so. Ich sehe immer die Thumbnails und ich habe dieses Letzte, was ich gesehen habe, war das mit diesem Riesen-Sandwich. Das Thumbnail sieht schon so übertrieben aus. Da habe ich draufgeklickt, um zu gucken, ob das Sandwich wirklich zu groß ist. Also das kann ja nicht sein, dachte ich mir, das ist ja unfassbar. Das sind zwei Menschenköpfe, nee, vier fast, Balle, ne? Ja, das ist ja übel. Und dazwischen ist noch Belach so. Das ist richtig übel. Wie kriegst du das in den Bauch rein? Also schlimm. Ja. Ich finde es schrecklich. Also ich finde, diese Völlerei ist... Ja. Erinnert mich immer an den Sinn des Lebens. Absolut. Also ich bin... Ja, genau. Ja, aber dieses... Wie soll ich das jetzt erklären? Dieses... Es hat völlig übertriebenes Essen. Also das hat nichts mehr mit der Realität zu tun. Absolut nicht. Und ich glaube auch, dass... Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dem gut geht, weil der gibt ja jedes... Jede Woche kommt ein Video raus. Mehr oder weniger, ne? Was ist... Wie ist denn dein Tagesablauf gestaltet, um das wieder... Ich habe einen Podcast gehört und da erklärt er halt so... So einen Ausschnitt aus dem Podcast. Da erklärt er halt, wenn es jetzt zum Beispiel super viel Zucker ist, weil es eine Challenge ist mit Pancakes und Eis oder so, dann kann es sein, dass er anfängt, dass er anfängt zu flimmern vor den Augen, weil es halt so viel Zucker ist oder so, weißt du? Oder zu viel Salz, wo du dann anfängst... Ja, dich... Also auch halt einfach schlecht zu fühlen. Ja. Das ist übel. Also ich weiß nicht, wie lange kann man sowas machen? Ich glaube, dass es nicht gesund sein kann. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Das glaube ich auch nicht, ne. Aber die Vorstellung halt, also jetzt in dem Fall dieses, dieses, was ist denn, das ist ein... Das ist noch ein Kentucky Fried Chicken Steak im Endeffekt. Also so auf, weiß ich nicht, 30 Zentimeter Durchmesser und größer, drei Stück. Ja. Das sieht halt auch geil aus. Ja. Ja, ist... Keine Ahnung, ist halt gerade so. Bist du gerade am gucken. Gucke ich manchmal, ja. Also ich gucke nicht viel, aber tatsächlich finde ich seine Unterhaltung während er isst sehr, sehr, sehr cool. Also er labert dann so drüber, ist dann so aus dem Off. Cool. Und da kommt der Übergang, apropos Unterhaltung, zu deinem nächsten Video. Achso, dann bin ich schon wieder dran. Ja, ich will jetzt keins mehr rein. Ah, haben wir gesagt, machen wir kürzer. Und das finde ich auch ein ganz guter Abschluss. Und zwar habe ich noch immer ein Essensvideo. Das ist irgendwie dein Ding. Kriegst du zu wenig zu Hause? Ich frage. Ja. Das ist der Punkt, ja. Ja, natürlich kriegst du wenig. Nee, weiß ich nicht warum. Ja, kann sein. Also ich versuche mal abends jetzt nicht mehr zu essen, so im Endeffekt. Das ist gut, das hilft. Ganz doll. Und da habe ich natürlich Hunger auch. Und dann, um mir richtig in den reinzudrücken, gucke ich mir dann so eine Videos an. Keine Ahnung. Es geht um Jennifer Lawrence, die isst bei Hot Ones. Was wir jetzt schon mehrfach auch vorschlagen haben, isst sie da so heiße Chicken Wings, sage ich jetzt mal, also scharfe Chicken Wings. Und je schärfer das wird, desto lustiger wird es irgendwie. Die ist halt wirklich cool. Die macht es aber gut. Die macht das total toll. Am besten fand ich ja fast die Szene am Schluss, wo er dann noch diesen letzten Schluck auf das Hähnchen da rauf macht. Und sie sieht das so. Und eigentlich müsste es ja wissen, weil sie sich ja informiert hat, muss ja über die Sendung. Und dann kommt sie halt in so eine Frage. Was machst du da? Was machst du da? Warum machst du das? Warum machst du das? Warum machst du das? Warum machst du das? Und dann kommst du richtig. Siehst du richtig diese schauspielische. Die Verzweiflung. Die, ja, aber auch diese schauspielerische Kunst dahinter ist. Die hat mich so weggeschmissen. Sehr Hammer. Ja, Jennifer Lawrence, wie sie scharfe Chicken Wings esst. Interessant. Ich habe noch einen auf dem letzten Drücker. Einen Rauswerfer nochmal mit Musik. Und zwar hast du mir in der letzten Folge vorgeschlagen von Falling Reverse. Ja. Diese Reimagined Version von Last Resort. Und die ist ja wirklich mal Reimagined. Das hat ja mit dem Original bis auf den Text nicht mehr viel zu tun. Und ich habe dort ein, nachdem ich das Video geguckt habe, ist ja oft so, dass der YouTube-Algorithmus dann da ein. Ah, du hast das Video durchgeguckt und dann kling, kling, kling. Nee, nee, nee. Und dann ein paar Tage, ich glaube einen Tag später, kommt ein Vertikal-Video, was wie ein Short aussah. Und da bin ich immer so ein bisschen, hatten wir ja eben, was ich ungern anklicke. Auf jeden Fall gibt es ein Video, wie hinter den Kulissen Papa Roach, das ist ja der, das Original praktisch gemacht hat, in einem, sieht aus wie ein Proberaum oder ein Hinterzimmer von irgendetwas steht. und darauf reagiert, er hört zum ersten Mal, er hört nur das Ding, also ohne Video und so weiter, und reagiert sozusagen auf den, auf das Lied und ist voller Lobes oder wie man das richtig nennen würde. Man sieht richtig, wie der eigentliche Sänger, der heißt Ronny von Falling in Reserve, wie aufgeregt er ist, konstant versucht er da die Lautstärke richtig zu drehen. Und die Hände, wo mache ich jetzt meine Hände hin, fuck. Du siehst richtig, wie ihn das beschäftigt. Er geht vor und zurück. Ja, ja, ja. Und von Papa Roach ist das Jacobi Chaddix, der ist von... Ja, der fängt da zu nicken und ist, ey, dude, dude, that's crazy, that's crazy. You nailed it, sagt er noch an der einen Stelle. You nailed it, ey, ja. Das hat er mir auch komplett angeguckt, weil ich genau weiß, also weiß ich auch wissen, wie er reagiert. Wollte, was da Papa Roach selber dazu sagt. Ja, ja, ja. Großartig, also er lobt ihn und was mich sagen muss, ich hab den zugehört in dem Song und... Der haut schon rein, ne? Das ist heftig, also das ist so ein bisschen... Richtig heftig, ja. Das ist so ein bisschen wie... Ren. Wie Ren, genau, genau, daran hat's mich erinnert. Ich hab wirklich, teilweise hab ich Pippi in die Augen gekriegt, weil er das so, wie soll man sagen, so leidenschaftlich singt, den Refrain. Unfassbar. Ja, also wenn du dieses Original kennst, wo du einfach nur drauf abrockst und dir gar keine Gedanken machst, wie du dir das ja besagt hast, weil du weißt gar nicht, um was es geht, du summst halt die Songzeilen mit und dann hörst du diesen sehr ruhigen, unfassbar gut gesungen. Also ich muss sagen, Fall in the Universe ist ja ein unfassbares, also das Talent, wie der singt, krass. Und auch diese Range, unerklärlich irgendwie, ja. Diese Metal-Stimme, die dann wieder durchkommt in dem sehr, sehr ruhigen Song, super, also, ja. Ja. Gut, wir wollten heute unter ne Stunde machen, wir sind bei fast 1 Stunde 20 Minuten gelandet. Ja. Hab ich noch gesagt? Mach aus jetzt, ja, mach aus, hast du recht. Und ich denke mir, wie kann er jetzt nicht, ich will früher aufhören, kann er jetzt da nicht mal meine Reaktion richtig nehmen? Ja, ja, wir werden sehen, hat er gesagt. Ja. Ach, das hast du ja meint. Ja, komm mal. Haben wir Rücksicht genommen. Ja. Bis zum nächsten Mal. Es war schön, dass ihr zugehört habt. Könnt ihr mal selber schreiben, welchen komischen Reddit, Instagram-Schleifen ihr so gerne festhängt, was ihr gerne schaut. Ja, genau. Was bringt euch zum Lachen? Wo könnt ihr wirklich richtig lachen? Was triggert euch? Und was dürfen wir auf gar keinen Fall anklicken, das ist auch interessant. Genau, welche Kategorie bei Reddit sollte man dann doch lieber meiden? Würde mich interessieren. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund, kommt gut durch die warme Woche, weil es soll ja, glaube ich, weil wenn der Podcast kommt, ist es schon wieder am abklingen. Das harte Wochenende ist schon vorbei. Ja, genau. Bis zum nächsten Mal. Ja, herzlichen Dank für Zuhörer auf meiner Seite. Spazio2, Leute, so viel kann ich sagen. Wir hatten letztens den wärmsten Tag der Welt, der Aufzeichnung. Bitte, lass mal was machen. Ich wünsche eine schöne Woche. Ich winke.